Wir sind ja in der Ausstellung, was bisher geschah, Doors, Windows and Cells, im Kunstmuseum Reutlingen. Mein Name ist Jenny Michel, ich bin die Künstlerin der Ausstellung und ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Ich bin die Künstlerin der Ausstellung und ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Ich bin die Künstlerin der Ausstellung und ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Ich bin die Künstlerin der Ausstellung und ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Ich bin die Künstlerin der Ausstellung und ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Ich bin die Künstlerin der Ausstellung und ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Ich bin die Künstlerin der Ausstellung und ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Ich bin die Künstlerin der Ausstellung und ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Ich bin die Künstlerin der Ausstellung und ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Ich bin die Künstlerin der Ausstellung und ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Ich bin die Künstlerin der Ausstellung und ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Ich bin die Künstlerin der Ausstellung und ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Ich bin die Künstlerin der Ausstellung und ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen. Ich bin die Künstlerin der Ausstellung und ich werde jetzt kurz durch die Ausstellung führen.